Aber wenn Sie jetzt einsteigen würden, dann würden Sie Ihr Kapital verzehnfachen und maximal verzwanzigfachen. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Bullish Impulse. Heute gibt es ein Solana Update, weil wir möglicherweise mit der Korrektur zu Ende sind und wir jetzt schauen müssen, wie wir die nächsten Bewegungen zu unseren Gunsten ausnutzen können. Bleiben Sie dran! Wenn Sie in weitere interessante und profitable Werte investieren wollen, dann können Sie gerne bei unserem Partner Royalties vorbeischauen, indem Sie auf den ersten Link in der Videobeschreibung klicken. Hier können Sie nämlich in die Karrieren unter anderem von erfolgreichen und berühmten Sportlern aus den verschiedensten Sportarten investieren. Hamzat Shimaev, Bruno Fernandes, Rabib Nurmagomedov und alle anderen Ihrer Lieblingsathleten warten darauf, Ihnen Profite durch Ihre Investitionen einzufahren. Nutzen Sie die Chance mit dem ersten Link in der Videobeschreibung. Vielen Dank! So, zuerst sind wir jetzt hier im langfristigen Chart, damit wir nochmal das große Bild im Kopf haben. Die übergeordneten Bewegungen sind hier in ein ABC-Muster einzuteilen. Wir hatten hier erstmal die lange A-Welle mit ihren jeweils 5 Wellen, hatten dann eine recht tiefe Korrektur hier in der Welle B und haben dann diese hier auch schon abgeschlossen, weil, wie wir sehen, hat die Welle B drei Wellen und die sind hier ganz klar abgeschlossen. Die C war hier die extendierte Welle mit ihren 5 Subwellen und seit dem 30. Dezember ungefähr sind wir dann hier in der Welle C. Wo genau wir jetzt hier in der Welle C sind, werden wir uns natürlich gleich noch im mittelfristigen und kurzfristigen Chart genauer anschauen. Aber wenn Sie jetzt einsteigen würden, dann würden Sie bis zur Unterkante Ihr Kapital verzehnfachen und dann maximal circa verzwanzigfachen. Die goldenen Fibonacci-Levels sind hier die typischen Ziele von der C. Natürlich kann die C sogar noch länger werden, aber das ist jetzt hier nicht dargestellt. Die Box enthält hier die wahrscheinlichsten und wichtigsten Fib-Levels hier für die Welle C. So, springen wir jetzt in den mittelfristigen und kurzfristigen Chart. So, die grobe Struktur ist hier schon mal eingezeichnet. Wir haben hier auf jeden Fall schon ein 1-2-Setup, das heißt wir haben schon zwei Wellen und diese zwei Wellen gehören dann hier der Welle A an, weil die Welle A fünfwellig ist und diese zwei haben wir dann ganz klar als zwei von fünf Wellen identifiziert. Nach dieser A würden wir dann eine Korrektur haben, hier in Form der Welle B und würden dann noch einmal nach oben kommen. Hätten dann hier die C, also dann auch die 1 abgeschlossen und würden dann immer so weitergehen, bis wir hier die fünf Wellen abgeschlossen haben und die vorher genannte übergeordnete C dann auch letztendlich abschließen würden. So, und jetzt schauen wir uns an, wo genau wir jetzt hier in der dritten Subwelle sind. So, wir sind jetzt näher reingesummt in dieser dritten Welle hier und diese dritte Welle besteht hier auch wiederum aus drei Wellen. Das heißt, wir haben hier eine A-, B- und C-Welle. Die A-Welle ist hier auch schon längst zu Ende. Wir können hier auch die innere Struktur ganz gut erkennen. Wir hatten hier auch wieder fünf Wellen und nach dieser Welle A sind wir jetzt schon seit längerem in dieser Korrektur, die uns allen bekannt ist. Und wir wollen jetzt hier ermitteln, wann genau hier diese Welle B, also die Korrektur hier, zu Ende ist. Allgemein hat die Welle B keine typischen Ziele. Sie kann sehr, sehr flach sein, aber auch sehr, sehr tief ausfallen. Deswegen sagen uns hier die Retracement Level erstmal nichts, weswegen wir uns erstmal hier die innere Struktur dieser B anschauen müssen, um ermitteln zu können, wann sie jetzt zu Ende gehen wird. So, und nach unserer Zählung befinden wir uns hier in der Welle C der B. Wir können hier erstmal diese innere Struktur von der B durchgehen. Wir hatten hier ein 1, 2. Dann hatten wir eine extendierte 3, was sehr typisch ist für die 3. Das heißt, wir haben hier die innere Struktur nochmal von der 3, A, B und C. Somit war die 3 abgeschlossen und hat auch perfekt eines ihrer Fibonacci-Levels berührt. Wie wir hier sehen, hat sie perfekt ihr Mindestziel von 123,6% berührt. Dann hatten wir hier die flache Welle 4-Korrektur und bekamen dann noch einen letzten Impuls nach unten. So, und dann hatten wir hier diese Welle B. Wie man ganz einfach erkennen kann, ist das hier eine Flat-Korrektur. Da brauchen wir auch nicht näher drauf einzugehen. Und seit dem 15. August circa sind wir hier in der letzten Welle, und zwar in der Welle C. Die Welle C besteht wiederum aus 5 Wellen. Deswegen müssen wir die erstmal identifizieren, um wissen zu können, wo die Welle C enden wird. So, und wenn wir jetzt hier diese Wellenzählung einmal durchgehen, 1, 2, 3, 4 und dann halt bald auch die 5, dann müssen wir ja auch erstmal beweisen können, dass diese Wellenzählung stimmt. Und das machen wir, indem wir wirklich überprüfen, ob diese Wellen perfekt auf ihre typischen Fib-Level anspringen oder nicht. Wenn wir das jetzt einmal machen, zum Beispiel für die 3, dann sehen wir, dass beispielsweise die 3 hier perfekt auf eins ihrer Ziele angesprungen ist. Und das bestätigt nochmal unsere Wellenzählung, weil man hier aufgrund der Reaktion auf die Fib-Levels eine gewisse Harmonie erkennt. Und diese Harmonie bestätigt oftmals die Wellenzählung. Und das können wir jetzt bei vielen Wellen überprüfen. Beispielsweise können wir es hier auch mal bei der 4 machen. Und hier sehen wir wieder, dass die 4 perfekt auf eins ihrer Level, und zwar auf das 66-7er Level angesprungen ist. Und das zeigt uns nochmal hier diese ganze Harmonie innerhalb dieser Wellenzählung. Und was wir jetzt natürlich wissen müssen, ist, wo jetzt diese 5 endet und damit dann halt auch hier die C. Und dafür müssen wir hier das Extensions-Tool nutzen, um bestimmen zu können, wo jetzt die 5 enden wird. So, die ganzen Fib-Levels von der 5 sind jetzt eingezeichnet. Das ist jetzt hier eine riesige Box, aber wir brauchen nicht alle Fib-Levels zu beachten, weil eigentlich sind halt nur diese Goldenen hier relevant, weil das die wichtigsten und wahrscheinlichsten Level für die 5 sind. Das wäre hier erstmal zwischen 18,21 Dollar und 17,31 Dollar an der Unterkante. Hier zwischen diesen goldenen Fib-Levels wird dann die 5 wahrscheinlich enden und dann hier die Trendwende vollziehen. So, also das Fazit ist, wir werden hier noch einmal runterkommen, hier dann wahrscheinlich die Trendwende vollziehen und dann schon den Anstieg in Form der übergeordneten Welle C hier starten und dann natürlich mit Pullbacks und so weiter uns immer weiter nach oben arbeiten. Ja, ich hoffe, Ihnen hat das Video gefallen und ein Mehrwert gebracht. Wenn das der Fall sein sollte, dann lassen Sie uns gerne ein Abo und ein Like da. Wenn Sie irgendwelche Video-Wünsche oder ähnliches haben sollten, dann lassen Sie uns das in den Kommentaren wissen. Ansonsten war es das von meiner Seite. Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Rest-Handelswoche. Bis zum nächsten Video. Tschau. 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 Untertitelung des ZDF, 2020